So, na dann... stecken wir im nächsten Haus fest. Oh, um, Käpt'n. Hammer. Schön, wir sind auch im gleichen Haus. Schön. Yeah, Luke. Luke ist alive. Ich... ich sah ihn außerhalb. Schau, er war außerhalb, aber wir haben ihn geholfen. Du weißt... Fuck. Fuck. Ja. Luke, wo ist Sarah? Ah. Ich weiß nicht, was zu tun, was zu tun. Was ist das Problem? Du musst helfen. Er fällt in diese ganzen Dinge an. Bloß so eine Leichtbauweise mit Holz und alles. Das hält doch alles nicht. Sarah, komm mal. Wir müssen jetzt gehen. Komm mal. Wir müssen hier raus. Leute, wir können das nicht machen. Wir können, wir können, wir können... Wir können hier nicht bleiben. Ich weiß nicht, was zu tun. Ich kann sie weg. Ich kann sie weg. Okay, ich versuchte sie, aber... Ich glaube, Carver hat mich ziemlich gut gemacht. Ich weiß nicht. Es ist einfach nach Carlos, sie hat es verloren. Ich habe es verloren. Sie hat 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 es verloren. Ich bin glücklich, dass ihr alle hier seid. Wir sind noch nicht aus der Wind. Was werden wir über sie tun? Vielleicht hört sie auf mich. Vielleicht. Hör, ich äh... Sie werden dieses Ort öffnen. Wir können nicht bleiben. Also wir müssen sie weg oder wir müssen... Ich werde sie versuchen. Ich werde sie versuchen. Ich werde sie versuchen. Ich werde sie versuchen. Ich werde sie nicht versuchen. Flam? So, jetzt mit Fingerspitzengefühl. Stürf! Sarah, es ist mir. Hallo. Nein! Scheiße. Ich liebe es, dass ich so viele Leute verloren habe. Aber es hat mich stärker gemacht. Ich habe gelernt, sich zu mir selbst zu beschäftigen. Dinge sind nicht wie sie vorher waren. Alles ist jetzt schwer. Schwierig, welchen Ansatz wir jetzt hier wählen, ne? Sie ist halt natürlich sehr labil gerade. Aber wir müssen sie ein bisschen... ...bestärken. Nicht jeder kann wie dich sein. Aber du kannst auch sein, Sarah. Ich wünsche, das wäre wahr. Äh... Mach gar nichts. Was? Was ist das Skye Life? Oh, wir haben es. Flam? Es gibt keine Zeit! Flam? Ich kann keine Ahnung. Unsere Freundin ist sicher. Unsere Freundin ist sicher. Wenn alles angefangen hat... Ich habe meinen Freund, Lee. Er hat versucht, mich zu helfen, meine Eltern zu finden. Er hat mich mehr als jemand anderes in meiner gesamten Leben. Er hat sterben, um mich sicher zu halten. Ich war so Angst. Aber du bist noch hier. Ja. 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 Okay, Sarah wird sich daran erinnern. Ah, okay. Okay. Es liegt also an uns. Flam? Flam? Schau, was du finden kannst. Der Brot. Vergiss es. Das Ding ist nicht schmerzen. Find etwas anderes. Kannst du das hier? Kannst du das nutzen? Es ist nicht groß genug. Das ist klar. So, was haben wir noch? Kannst du das nutzen? Ja, das würde funktionieren. Aber... Jemand muss die Tür zu halten. Schnell, 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 schnell. Schieb. Lass umziehen, Mann. Komm. Ah, der. Komm, komm, Cammy. Hammer. Los, komm, Jane. Tür zu. Luke, du zuerst. Wir brauchen dich am Topf. Sarah, du könntest dich schon mal so langsam hinstellen, Mausi. Okay, komm, komm. Sarah. Clem. Sarah, los, komm. Sarah, wir müssen gehen. Hörst du nicht? Ich kann es nicht tun. Jetzt, Clementine. Wenn sie nicht gehen will, kannst du sie nicht machen. Lass sie nicht gehen. Nicht wieder. Lass sie nicht zurück. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Das ist... Sarah, denk an was du machst. Du kannst sie nicht retten, Clem. Wir müssen gehen. Nicht die beste Wahl gerade. Nein. Ich... Tut mir leid. Oh je. Oh, nein. Nein, Jane. Schnell, Jane. Schnell. Schnell. Okay. Wir haben es geschafft. Sarah. Komm schon. Oh, Schwein gehabt. Wir haben uns so eine Zünfe in den Ohr vergeht. Oh, ho, 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 ho. Das ist halt wirklich... Ja. Äh. Parents, don't try this at home. Ja, ist wieder aufregend, Mutti. So sieht's aus. Lass mich nicht hängen, dann müssen wir so... Wir schaffen das. Keinem geht's hier. Keinem geht's hier gut. Keinem geht's hier, Mutti. Das ist der beste Deutsche ja heute wieder auf dem Kanal. So kennt ihr jetzt. Ja, der Fruchtinstinkt ist ja ausgeprägt bei ihr. Ja, man muss nicht immer pisacken, oder? Aber sie hat... ...gegib auf. Heißt also ja, sie hat ihre Schwester nicht zurückgelassen? Ich kann's nicht glauben. Als nächstes, als ihr euch gesagt habt, war ich der erste, der auf dem Rücken. Ich habe es schon auf dem Dach gemacht. Weiß ich nicht, du bist der erste auf dem Dach gewesen. Du kannst es dir nicht wegwerfen lassen. Lief doch jetzt, ich meine, klar... Ja, sie wollte alle raus, alle raus. Aber... ...sie war die letzte, die aufs Dach kam. Also... ...sollte sie sich mal entspannen, der kleine Luke. Sollte sie sich mal entspannen, der kleine Luke. Sollte sie sich mal entspannen, der kleine Luke. Bis zum nächsten Mal... ...Walker haben uns geholfen, uns auf den Rücken geholfen. Und als sie immer wieder kamen, ich... ...ich konnte sie nicht schlafen, ich konnte sie nicht schlafen. Ich konnte sie nicht schlafen. Also habe ich versucht etwas anderes. Ich sagte, sie könnte, was sie wollte. Und ich lasse sie dort. Wie gesagt, wir versuchen so verständnisvoll wie möglich durch diese Season zu schlängeln. Mal schauen. Vielleicht in der nächsten Season sind wir ein bisschen aggressiver und eckenüberjahren. Sollte sie ja keine Freunde mehr haben. Sarah war auch so. Jane? Kein Begegnung für ihre eigene Sicherheit. Oder unsere. Sarah und Jamie sind nicht die gleiche Person. Wir wissen nicht, dass sie so endet. Menschen verändern nicht. Komm schon, wir gehen zurück zu deinen Freunden. Auch wieder ein Gespräch, was wieder weite, weite Ausläufer in die Zukunft haben könnte. Bei irgendwelchen Entscheidungen. Du hast damals im Wald gesagt, nee, nee, ist mir nicht die gleiche Person. Nee, 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 nee. Man, er sieht aber auch aus, als hätte er mit Mike Tyson gewusst. Der Alte Defender. Oh Gott, wie ist ein Lob? Oh. Nicht anfassen. Das ist okay, Sweetie. Wenn du bereit bist, bin ich einfach glücklich, dass du hier bist. Aber warte, warte. Wo ist Nick? Nick ist jetzt bei den Nix. Oh, der war schlecht. Nein. Nein. Ich werde das nicht schmerzen. Das Baby kommt noch schneller, als Rebecca hat. Aber ich wollte, dass du es wissen möchtest. Warte mal, dass Luke etwas über die Babys weiß? Warte, frag ihn doch einfach. Warte, frag ihn doch. Warte, frag ihn doch. Ich habe ihn schon mal so gesehen. Ja, wir sind die absolut falsche Person tatsächlich dafür. Ist tatsächlich echt schwierig irgendwie, wenn es jetzt halt wirklich um die Entbindung für das Kind geht. Also sie scheint ja irgendwie fähig zu sein. So hört sie sich das an. Also sie braucht jemanden zum Assistieren oder wie. Und da kann man auch einfach sagen, du holst kochendet Wasser, du holst Handtücher. Oder von mir aus holt schmutzet Flusswasser, du holst Dreckgelumpen. Ja, woher? Also, es sei denn, sie hat auch keine Ahnung davon. Denn ist natürlich, denn ist, denn ist schwer. Denn, denn ist, denn ist blöd. Aber ich weiß jetzt nicht, ob der durchgeknallte Kenny die beste Person dafür jetzt ist. Und dann jetzt nicht irgendwelche Flashbacks bekommt. So, wir können auch nur zur Hütte, glaube ich, wa? Ich möchte nicht, das wird, das wird... Das wird emotional. We need your help with Rebecca's baby. Keiner weiß. Okay, also sie wisst halt auch nicht, tatsächlich. Was ist denn mit für eine Frage an der Ölphilie? Das ist wirklich, was ich nicht. Es fühlt sich, wie ich aus. Das war, wie ich mich verletzend bin. Ich habe mich verletzend gesehen. Ich habe das alles, was passiert. Und dann bin ich wieder aufgewandert. Und nichts verändert. Ich mache noch ein Bedeut. Ich habe noch ein Bedeut. Every Tag. Duck, Katja, Sarita. Keine Liebe, keine Freiheit. Doch, würde sie jetzt, wenn du einfach mal den Arsch jetzt gerade hochkriegst. Rebecca hat auch keine Hilfe. Nein, wie ekelhaft sieht das aus. Okay. Das Baby kommt anscheinend. Oder der Eiswagen vorne. Entweder eins von beiden. So, jetzt eine Entbindung hier, oder was? Ach, komm, hör auf. Okay, Fruchtblase ist hier platzt. Ich, äh, 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 ist das normal? Was machen wir jetzt? Ja, das heißt, das Baby kommt, ja? So, also wenn ich den Quick-Tamper kacke, denn, äh, denn es scheiße. So, alle dauerndrücken. 2, 5, 7, grüß dich, hey! Schön, dass du da bist. Was brauchen wir? Können wir jetzt nicht noch irgendwie erstmal ein Dach suchen? Kenny? Wenn der jetzt Handtücher und Wasser sagt, rastet er aus. Right, right, sorry. Clean water for one thing. In Blankets. Hat das keiner drauf gekommen? Mann! Geburtselfersdief ist am Start. Ah, aber er hat schon mal eine A.K., das schmeiß geil. Sarah? Sarah? Du bist hier mit Rebecca und Kenny, okay? Clem. Warte denn nun, sie bringt mir immer noch schlechte Nachrichten. Ich vertraue ihr. Wir müssen jetzt hier nicht in der Gruppe noch mehr rumbiefen hier. Lass da erstmal eins schaffen. Wasser ist da vorne und wir müssen da irgendwo Decken finden. Hoppidi hopp. Ok, wir suchen für warme Blankete, zugewandeltes Wasser und warte. Was ist das? Ich gebe an Jane. Let's be fast and let's be careful. Das ist ja... Na, schön. Wenn das irgendjemand in einer Gruppe so sagen würde, so in so einem Gespräch, so würde jeder so gucken, was ist mit dir los? Spinnst du ein bisschen? So, da vorne ist das Besuchercenter, dann gehen wir doch mal hin. Können wir rennen? Na, wir können nur schnell tippen. Okay, der Weg ist weit. Was ist das? Achso, sieh. Habt ihr jetzt von Janne erkannt? Oh, hey. Ja, hey, du. Ist okay. Guck mal an. Plötzlich ja, ja. So, komm mal, Partner. Let's go check out that deck. I like the height. Ah, komm, erstmal emotionale Bindung stärken, damit der Verlust nicht mehr wehtut. Oh, wie die Kanone abfeuern kann. Ich hab da so eine schöne Axt bei. Und die hat hinten so einen Hammerkopftakt. Dann könnte man, vielleicht gibt's noch erstmal, Rebecca, wenn er das Baby da unten drin zu werden kann. Das könnte jetzt auch erstmal nicht so schlecht aus, ja? Ja, das ist, was ich dachte. Hm, vielleicht kann ich den Locken. Ein Knailfil? Ich muss mich tatsächlich jetzt emotional auf die Bindung vorbereiten hier irgendwie. Bin ganz froh, dass das jetzt hier nur so in die Plänke davor geht. Ich hab die Axt bei. Und die hat einen Hammerkopft hinten dran. Gib doch den Schloss ein paar damit. Irgendwie. Das gibt doch nach. Man muss es doch... Man muss es doch nicht komplizierter machen. So. Dann gucken wir erstmal in Müll. Ist da vielleicht noch eine Pfandflasche drin? Nein, ich bin nicht sogar ein Trash. Das ist tatsächlich eins der traurigen Anblicke irgendwie in Großstädter. Irgendwie Leute, die in Müll-Eimern Pfandflaschen raushalten. Das ist also schlimm, dass man drauf angewiesen ist. Aber das ist, finde ich, sieht ja nicht schlimm aus. Also, das sieht ja nicht schlimm aus. Ich finde es ist schlimm. Okay, sie geht hier nicht weiter rein. So, wir schießen einfach mit der Kanone drauf. So können wir hier durchhauen. Schwuppdiwupp. Und? Ihr müsst halt noch... Geld reinstecken. Erst dann geht's ja. So, der Battle of Parkers. Shit! Sind Sie okay? Ja. Ich denke, ich habe es almost geschafft. Schau mal. Wäre schön. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Bestimmt. Wusstet ihr zum Beispiel, ohne dass eine Gangie-Praxis ist, das Ding mit Cement zu füllen? Wo ist das? Warte, Jane? Äh, nicht Jane. War das Sarah? Sagen sie wie Sarah aus. Shit, shit, shit. Nee, ist nicht. Wer ist denn das? Das ist Harry Potter. Können wir erst mal mit ihm reden? Ach, hey, immer noch so... Ach, so eine Beinprothese oben noch. Hey, du. Oh, mit Waffe. Ich bin nur ein Kind. Bitte, nicht mich verhörst. Kein mehr. Entstehst du mich? Ja. Okay. Schon mal keine Sprachbarriere? Mach doch erstmal den Finger auf deinen Anzug. Arvo. Ich gehe jetzt. Ich will nicht schreien. Ich will nicht schreien. Ich will nicht schreien. Only eine kleine Mädchen. Äh, eine kleine Mädchen. Du musst nicht schreien. Soll's auf die Hand. 뛰ne. Der Hand. Klenn. Sicherst du nicht mehr andere Handel machen. Hm. Nein, ich habe nicht mehr Schäden. Ich versuche es dir. Wir müssen nur sicher sein, dass du nicht ein Gefahr bist. Du bist ein Dreck. Clementine. Was ist denn? Wow. Das ist ein sehr ernstes Stasch von Medien. Nein, 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 nein. Geh was du willst, aber nicht die Medizin. Es ist für meine Frau. Meine älteren Frau, sie ist sick. Die Schmerzen macht ihr kreieren und das macht diese Dinge kommen. Bitte. Eigentlich kann ich mir selbst beantworten. Warum schaust du es in der Schraube? Ich muss es sicher halten. Frau oder nicht, wir können wirklich diese Dinge benutzen. Nein, du bist nicht so nett. Du kannst mich nicht defensiv lassen. Du kannst meine Frau's Medizin nehmen? Du bist Angst. Hey, wir haben Menschen, die zufragen. Wer braucht diese Medizin? Luke ist immer noch ein Wachstum. Kenny ist ein Müll. Rebecca ist in Angst. Schau an das alles. Clementine, wir brauchen diese Dinge. Menschen zufragen nur so viel als du. Du bist nicht speziell. Clementine? Ja? Nehmen sie zurück. Nehmen sie zurück. Das ist... Ich hoffe, das fällt mir nicht nachher noch auf die Füße irgendwie. Das ist schon in der ersten Staffel richtig in die Hose gegangen. Und hier haben wir doch schon einmal verkackt. Können wir nicht teilen? Na ja, das ist ja... Wart denn jetzt. Wart jetzt. Nein. Was machst du? Du musst nicht das tun. Lass mich einfach gehen. Jane. Mach es nicht. Entspann nicht, Jane. Du kommst nicht hier wieder zurück. Ich weiss nicht, ob du eine verrückte Freundin hast. Die nächste Zeit, wenn ich dich sehe, wirst du einfach weg gehen. Gehen. Ich kann mich leider hier nur an meinem eigenen moralischen Kompass langhangeln. Irgendwie. Ich weiss nicht, was richtig und falsches ist in dem Spiel. Irgendwie. Gefühlt werden gute Sachen bestraft. Irgendwie. Genauso wie schlechte. Alles kann aus allem hier erwachsen. Das ist... Ich dachte, du musst ihn erschießen. Wir sollten ja nachhören. Wir sollten alle anderen holen. Ja. Ja, die sind halt alle traumatisiert. Man kann es auch nicht verdanken, ne? Krasse Situationen. Wir werden dieses Platz öffnen. Jetzt müssen wir nachher gehen, ASAP. Vielleicht, ähm... hilft er uns noch mal. Der mit der Alvo. Irgendwann. Wir treffen den bestimmt noch mal. Also das ist so ein komischer... Clem! Clem! Hey! Habt ihr Glück mit dem Observationdeck? Ich war einfach bei Rebecca und Kenny. Sie sagten, sie haben mich nicht von mir gehört. Ich glaube nicht, dass es viel wäre. Aber... Jane ist ziemlich resursvoll. Ich mag sie. Ich mag sie. Sie ist ehrlich. Und sie weiß, was sie macht. Das ist mein Papa. Aber das ist mehr, als ich sagen kann, für ein Kind. Jane ist der Typ der Person, der durch Schwierigkeiten wird. Du weißt? Aber wenn ich jetzt auf Kenny schaue, sieht er einfach... Er scheint zu verbrochen. Und verbrochene Menschen werden schrecklich. Ich weiß, du hast eine Geschichte mit ihm. Ich glaube, er ist ein guter Mann. Aber ich glaube, er musste mehr, als er zu tun kann. Du bist falsch. Kenny ist stärker als jeder. Er versucht, uns zu schützen. Ich weiß nicht, Clem. Ich weiß, er ist dein Freund und alles. Aber was Kenny für Carver gemacht hat, so sah es, wie er durch den Körper und auf den Boden blieb. Ist das, wo wir jetzt sind? Hä? Kenny ging zu weit. Er hat mich unkomfortabel gemacht. Ich hoffe, dass wir dann noch nicht mehr haben. Ich muss den anderen über das Deck erzählen. Ja, gut. Ich werde, äh... Ich sehe dich zurück. Ich werde noch nicht in Arbeit sein, Kenny. Warum ist das so? Nichts falsch. Babys wissen, wie er sich übersteht. Clementine. Was hast du gefunden? Das Gebäude, in der drüben, hat ein Observation-Dack. Woher wird das Baby sicherer sein? Es kommt so viel schneller, als ich dachte. Es kommt so viel schneller, als ich dachte. Ich sagte dir. Äh... Habt ihr Vorrede gefunden? Haben wir, meine ich. Haben wir, was wir für das Baby noch brauchen? Mike und Bonnie sind noch nicht zurück. Hey, Clem. Ich bin glücklich, dass du es geschafft hast. Was? Wie fühlst du dich? Ich bin Angst. Und es tut mir leid. Humpf. Ich wünsche, dass Alvin hier gewesen wäre. Ja, wir müssen sie ein bisschen. Wir müssen sie pushen. Motivation. Ich bin so ein kleiner Motivationstrainer. Ich kann nicht stoppen, über Dinge, die ich ihm ihm gesagt hätte. Und für sich... Dinge, die ich ihm über gesprochen hätte. Hm... Du wirst eine gute Mutter sein. Wir werden alle helfen. Oh ja? Ja? Du bist ein guter Kind, Clementine. Ja. Ich bin glücklich, dass du da bist, um dieses Baby zu schauen. Ah! Oh Gott! Ich habe das. Wir sind ein gutes, kleines, elfjähriges. Wir haben noch nicht Mike und Bonnie gesehen. Und ich sage nicht, dass ich ihn nicht vertraue. Aber ich würde es empfehlen, wenn du ihn auf ihn geredet hast. Ja, geh auf. Ich bin gut. Ich bin glücklich, dass wir immer noch ein paar Malen sehen können. Ich bin glücklich. pagar sauber.